Bist du bereit für ein ziemlich interessantes und etwas ungewöhnliches Thema? Coca-Cola und ein Ei. Ja, du hast richtig gehört. Ich spreche von der Kombination dieser zwei alltäglichen Zutaten. Beim ersten Hören wirst du überrascht sein, aber diese Kombination hat tatsächlich interessante und unbekannte Vorteile. Lass uns die Geheimnisse hinter dieser seltsamen, aber faszinierenden Mischung entdecken. Mehr über diese seltsame, aber beeindruckende Kombination zu erfahren, wird sicherlich auch für dich aufregend sein. Neue Dinge zu entdecken und auszuprobieren, macht das Leben interessanter und farbenfroher. Deshalb zögere nicht, diese interessante Idee auszuprobieren und die Ergebnisse mit mir zu teilen. Lass uns die Geheimnisse dieser außergewöhnlichen Mischung entschlüsseln. Um deinen Körper schnell und effektiv von Giftstoffen und Parasiten zu reinigen, empfehlen wir dir, dir unsere kostenfreie Darmreinigung zu sichern. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung und ist für alle Zuschauer dieses Videos 100% kostenlos. Schau jetzt einfach in die Videobeschreibung und sichere dir unsere kostenfreie Darmkur. Lass uns Coca-Cola betrachten. Dieses weltweit beliebte Getränk wird von Millionen Menschen genossen. Was enthält dieses kohlensäurehaltige Getränk? Bekannt für seine saure Natur, Koffeingehalt und Kohlensäure, hat Coca-Cola einen süßen Geschmack. Doch dieses alltägliche Getränk hat auch unbekannte Seiten. Zum Beispiel kann seine saure Beschaffenheit zu einigen chemischen Reaktionen führen, besonders wenn es mit bestimmten Substanzen gemischt wird. Hier kommt das Ei ins Spiel. Das Ei ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Küchen. Reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien, ist das Ei wichtig für eine gesunde Ernährung. Die interessanteste Eigenschaft des Eis ist das Calciumcarbonat in der Schale. Wenn es mit Coca-Cola gemischt wird, kann es zu ziemlich interessanten Reaktionen kommen. Die saure Coca-Cola kann mit dem Calciumcarbonat in der Eierschale reagieren und die Struktur des Eis verändern. Diese Veränderung kann sowohl visuell als auch geschmacklich ein anderes Erlebnis bieten. Was könnten die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Mischung sein? Zunächst betrachten wir den Protein- und Calciumgehalt. Eier sind bekannt für ihren hohen Proteingehalt. Wenn sie mit Coca-Cola gemischt werden, können diese Proteine vom Körper leichter verdaut werden. Außerdem kann das aus der Eierschale austretende Calcium in das Getränk übergehen und so einen Teil des täglichen Calciumbedarfs decken. Das könnte besonders für Menschen mit Calciummangel interessant sein. Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Stoffwechsel kann der Koffeingehalt von Coca-Cola das Energieniveau erhöhen. Wenn ein Ei hinzugefügt wird, kann diese Energie in eine länger anhaltende und ausgewogenere Energie umgewandelt werden, die durch die Proteine bereitgestellt wird. Besonders für Menschen, die sich morgens müde fühlen, könnte diese Mischung ein energiereicher Start in den Tag sein. Diese Mischung könnte auch positive Auswirkungen auf die Verdauung haben. Eier besitzen Eigenschaften, die das Verdauungssystem regulieren und die Darmgesundheit unterstützen. Die saure Natur von Coca-Cola könnte im Verdauungsprozess helfen und diese Kombination könnte zu einem Getränk werden, das das Verdauungssystem unterstützt. Bevor du diese Mischung ausprobierst, ist es wichtig, persönliche Faktoren wie Allergien oder gesundheitliche Bedingungen zu berücksichtigen. Wie bei jeder neuen Diät oder jedem neuen Getränk, vergiss nicht, vorher deinen Arzt zu konsultieren. Jeder Körper kann anders reagieren und deshalb ist es am besten, vor dem Ausprobieren neuer Dinge einen Gesundheitsexperten zu konsultieren. Obwohl die Kombination von Coca-Cola und Ei auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, bietet sie tatsächlich viele interessante und potenzielle gesundheitliche Vorteile. Solche innovativen Ideen ermöglichen es uns, neue Geschmacksrichtungen und Erfahrungen in unserer Küche zu entdecken. Natürlich solltest du, wie bei allem Neuen, deine Gesundheit berücksichtigen, bevor du diese Mischung ausprobierst. Und natürlich freue ich mich darauf, deine Gedanken zu dieser interessanten Mischung zu hören, nachdem du sie ausprobiert hast. Jetzt ist es an der Zeit, die Geheimnisse dieser faszinierenden Kombination zu entdecken. Ein Ei mit Coca-Cola zu mischen, öffnet tatsächlich die Türen zu einem ziemlich interessanten wissenschaftlichen Experiment. Anfangs mag die Kombination dieser zwei alltäglichen Zutaten ungewöhnlich erscheinen, aber die dabei stattfindenden chemischen Reaktionen sind durchaus faszinierend. Coca-Cola reagiert aufgrund seiner sauren Bestandteile mit dem Calciumcarbonat der Eierschale. Diese Wechselwirkung kann, besonders bei langanhaltendem Kontakt, einige Veränderungen in der Eierschale bewirken. Lassen wir uns etwas genauer auf dieses interessante Experiment ein. Die Außenschale eines Eis besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat. Wenn es mit den Säuren in Coca-Cola in Kontakt kommt, beginnt das Calciumcarbonat in der sauren Umgebung sich aufzulösen. Dieser Prozess führt dazu, dass die Eierschale allmählich erweicht und sich auflöst. Beispielsweise könnte die Schale eines Eis, das ein Jahr lang in Coca-Cola eingeweicht wurde, eine völlig andere Struktur annehmen. Diese Veränderung zeigt auch eine Parallele zu den Auswirkungen säurehaltiger Getränke auf unseren Zahnschmelz. Es ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Säuren den Zahnschmelz auflösen können. Solche Experimente werden oft zu Bildungszwecken verwendet und dienen dazu, wissenschaftliche Neugier zu befriedigen. Die Wechselwirkung zwischen Coca-Cola und der Eierschale zeigt eindrucksvoll, wie säurehaltige Flüssigkeiten auf Substanzen wie Calciumcarbonat wirken können. Darüber hinaus hilft dieses Experiment, die chemische Zusammensetzung von Alltagsprodukten und ihre möglichen Wechselwirkungen besser zu verstehen. Diese Art von Experimenten kann insbesondere bei Jugendlichen und Kindern das wissenschaftliche Interesse und die Neugier steigern. Einfache Experimente mit alltäglich verfügbaren Materialien wie Coca-Cola und Eiern können effektiv sein, um die Grundprinzipien der Chemie zu verstehen und wissenschaftliches Denken zu fördern. Darüber hinaus können die Ergebnisse solcher Experimente auch das Bewusstsein für Gesundheit und Ernährung schärfen. Sie könnten beispielsweise verwendet werden, um Menschen über die negativen Auswirkungen säurehaltiger Getränke auf die Zahngesundheit aufzuklären. Die Entdeckung der Mischung aus Coca-Cola und Eiern könnte uns noch weiterführen und uns mögliche außergewöhnliche Eigenschaften dieser Kombination aufzeigen. Die Vereinigung dieser einfachen Zutaten könnte uns helfen, die Wunder chemischer Reaktionen und natürlicher Phänomene im Alltag zu verstehen. Stellen wir uns vor, ein Ei in Coca-Cola könnte mit der Zeit vielleicht zu einer völlig neuen Substanz werden. Die saure Umgebung könnte die Eierschale auflösen und eine Art flüssigen Kristall aus der Schale und dem Inhalt bilden. Dieser flüssige Kristall könnte möglicherweise Licht auf verschiedene Weise reflektieren und atemberaubende Farben erzeugen. Das wäre ein Beispiel dafür, wie die natürliche Welt einfache Materialien in komplexe und schöne Strukturen verwandeln kann. Darüber hinaus könnte die Mischung aus Coca-Cola und Eiern auf mikroskopischer Ebene eine unglaubliche Wechselwirkung erzeugen. Unter dem Mikroskop könnten wir sehen, wie die Gasblasen des kohlensäurehaltigen Getränks mit den Proteinen des Eis tanzen. Dieser mikroskopische Tanz zeigt, wie komplex und interaktiv die Natur selbst auf der grundlegendsten Ebene sein kann. Diese Mischung mag auf den ersten Blick einfach und vielleicht sogar bedeutungslos erscheinen, aber sie bietet uns tatsächlich die Möglichkeit, die Welt um uns herum tiefergehend zu verstehen. Die Wechselwirkung zwischen der sauren Natur von Coca-Cola und dem Calciumcarbonat in der Eierschale zeigt, wie beeindruckend viele chemische Prozesse sein können, die wir im Alltag oft übersehen. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Wissenschaft die außergewöhnlichen Geschichten hinter alltäglichen Dingen aufdecken kann. Darüber hinaus regen diese Experimente und Beobachtungen uns auch dazu an, über die Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unsere Umwelt nachzudenken. Indem wir die Auswirkungen säurehaltiger Getränke auf unsere Zähne berücksichtigen, könnten wir unsere Ernährungsgewohnheiten und Konsumentscheidungen neu bewerten. Die wissenschaftliche Untersuchung der Mischung aus Coca-Cola und Eiern erinnert uns daran, wie bedeutend unsere alltäglichen Entscheidungen für unsere Gesundheit sein können. In der Welt der Gastronomie helfen solche kreativen Experimente, die Grenzen der Kochkunst zu erweitern. Innovative Versuche mit traditionellen Zutaten wie Coca-Cola und Eiern können dazu führen, dass wir Geschmacksrichtungen und Kochtechniken neu überdenken. Diese Mischung könnte das Potenzial haben, ungewöhnliche Geschmacksrichtungen in der Küche zu kreieren und könnte neue Türen im Bereich der Gastronomie öffnen. Mit dem Einfluss von sozialen Medien und modernen Kommunikationsmitteln erreichen solche Experimente ein breites Publikum und fördern den Austausch von Wissen. Menschen beginnen, durch solche interessanten Experimente ein größeres Interesse an Wissenschaft und Kreativität zu zeigen. Einfache Experimente, wie die Mischung aus Coca-Cola und Eiern, können die Wissenschaft für jeden zugänglicher und unterhaltsamer machen. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen! Zusammenfassend ermöglicht uns die Entdeckung der Mischung aus Coca-Cola und Eiern, die außergewöhnlichen Ergebnisse gewöhnlicher Materialien und die hinter alltäglichen Dingen verborgenen wissenschaftlichen Wunder zu erkunden. Diese Mischung kann unser Leben mit neuen Perspektiven und Aufregung bereichern, indem sie die Grenzen von Wissenschaft und Kreativität erweitert. Solche Entdeckungen bieten uns ständig die Möglichkeit, in der Wissenschaft und in unserem täglichen Leben Neues zu lernen und zu entdecken. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.